Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Das ist jetzt mal hier stehen geblieben. In der Arena. Unser Gardevoir hatte sich, oder unser Larve hatte sich noch, in ein Gardevoir entwickelt. Aber das heißt nach wie vor immer noch Larve. Oh, und jetzt haben wir auch endlich gute Verteidigungswerte, ey. Guckt es euch an. Au. Ah, da kommt die Citro-Bäre. Pech gehabt. Psychokinese, pam. So, und da ich eigentlich keine große Verwendung für Citro-Bären so danach habe, können wir gleich nochmal eine an unser Larve geben. Und wenn wir den restlichen Sine-Bären hier noch ein bisschen auffüllen. Na, nicht prüfen. Okay, zack, so. Flupp, halt wartet, so. Flupp. Ah, nee, wartet, zack. Zack, zack, zack. Gut. Nee, ähm, so muss ich das machen, sonst komme ich da nicht raus. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und dann muss geschafft. State. Und los geht's. Ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wurde das... Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogelpokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war. Wir haben mit Grazie gewonnen. Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogelpokémon. Wiebke. Er erinnert mich gerade irgendwie an... Äh, Dingensen. Wie heißt's da? Innere Kraft. Sehr schön. Haltstattes Problem beim Austausch. Bringt mir aber nichts. Spiegeltrick schlug... Äh, schlägt fehl. Vier. Oh, komm, das ist doch jetzt echt asozial. Dummes Spastivich. Stirb. Nein, möchte ich nicht. Dann wird's... Zack. Nein, möchte ich nicht. Fuck. Bastard. Natürlich kann das Viech abgesangen. Worum auch nicht, ne? Was soll ich das jetzt machen, ne? Kannst du nichts gegen mein... Tolles... Fliege ausrichten. Uh, Aquaknarre. Scheiße. Jetzt hab ich ja echt schon Angst. Ja, natürlich kann das Viech noch... 50.000er. Zack, halt's Maul. Zack, halt's Maul. Zack, halt's Maul. Ja. So, wenn mein Love das jetzt nicht schafft, ne? Adlerauge, sehr schön. Gedankengut. Au. Au. Zito-Werbe. Einmal überlebe ich's noch. Au. Verteidigung steigt? Ja, genau. Downward's Pam. Tod. Tod und Verderben. Nein, ich möchte nicht wechseln. Altar. Altaria. Stirb. Nichts effektiv. Doch, normal effektiv. Sehr schön. Ah, sie überlebt's natürlich auch noch. Sehr schön. Ja, so muss dat. So muss dat. Guck mal, schon, wer kann schafft mit Sandpacks gemacht? Ne, glaub mir nicht, ne? Süß. Ist das dein Ernst? Was ist dein Ernst? Oh, mach du nur. Na komm, na ist ja schön. Es schlug fehl. Es schlug fehl. Jetzt kannst du dein Erdbeben sonst wo hinschieben. Damit kommst du jetzt nicht mehr so arg viel weiter. Na, aber eh, was bringt's natürlich noch. So, Liebertrank. Zack. Boah, was das für ein Krampf und dauernd ist. Bodycheck. Pamm. Stirb. So. Geheilt. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon mit mehr Graz hier trainiert als ich. Immer dachte, deine Fähigkeit überreicht dir diesen Arena-Orden. Ne, Taxi gewinnt 3.300. Fehl-Orden. Ja, Alvors. Und Wieb, glaube ich, auch noch gleich registriert. Schön. Und Aero-Arts kann erlernen. Nur unsere Flieger, der tot ist. Oh, ne, ne. Ja. Sag, was mit raus? Was mit raus? Du, 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 du. Der ruft mich an. Heiltag, so ich bin's. Ich wusste, dass du die Arena von Baumhaus... Dass du in der Arena von Baumhaus... ...dann gewinnen würdest. Deine Stärke, vielleicht bist du wirklich der Trainer, der... ...den ich die ganze Zeit suche. Ich bin dein Fan, vergiss das nicht. Ich werde dir zujubeln. Mach weiter so. Toll, haben wir auch gleich noch einen Manager gefunden. Am liebsten würde ich ihn ja den Hals abreißen. Damit sein Kopf direkt... ...auf seinem ekelhaften... ...Bäh! ...Körper drauf ist. Damit der Hals diese Barrikade der Dummheit nicht mehr hat. So, los geht's. Oh, danke. Aber das ist ein Vogeltrainer. Das heißt, das klingt oder nix? Hi! Okay, so. Ähm, Adlerauge, sehr schön. Donnerwitz, pam! Natu! Nein, ich möchte mich wechseln. Donnerwitz, pam! So, und wie ihr wisst, haben wir Regengenuss... ...bei unserem Move-View. So, das heißt, wir füllen ein Sechzehntel unserer KP pro Runde auf. So, und rein hier. Bla, 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 bla. Ein Doppelkampf. Die hat, glaube ich, einen Melotik. Ne, die hat bloß einen Formio. Okay, du bist ein Regenformio. Das heißt, ich kann trotzdem mit Absurber angreifen. Oh, Stärke. Auch richtig, ich ver... Ich fick dich! Richtig, fick dich, du dummes Spastikind! Ja, sehr schön, sehr schön. Ne, nichts. Hier, Lehmschuss auf diesen Hurensohn. Ja, denkst du, du kannst gleich noch den nächsten auslöschen. Ja, ich werde gerade richtig böse. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie böse ich gerade werde. Hier, Donnerwitz. Hoi, tot! Spast, Hurenviech! Mann! Jetzt darf ich schon wieder das halbe Team wiederbeleben. Zack. Warum hatte ich eigentlich Mu... Dingens, Krawum an der zweiten Stelle? Das ist doch der größte Fuck überhaupt. Was soll der Scheiß? Ne, nichts. Hier, du tauschen mit dem. So. Bitte, ich brauche einen Wasserstein unbedingt. Hier sieht es aber richtig gut aus, dass ich ja auch einen Wasserstein finde, ne? Hm. Ja, Surfer und Donnerwitz auf S. Pam. Und da kommt der Surfer Pam. Nummer eins tot. Nummer zwei schon übelst den Schaden reingedrückt. Und Surfer und Psychokinese schon mal auf das Licht. Pum, weg. Und Surfer macht das auch weg. So, Level 29. Sehr schön. Was ist das hier? Beleber. Klasse. Brauche ich nicht. So, die hat, glaube ich, eine Melotik. Ne, die hat ein Zombieres. Okay. Auch in Ordnung. Surfer. Boah, Alter, wie stark Surfer jetzt ist, ne? Wir haben einen Step. Fick dich! Hör auf mit deinem scheiß Scanner. Also 20% durch Zauber... Oder 10%? 10% durch Zauberwasser. 20% durch Wetter. 50% durch Step. Bum. Ah, sehr schön. Aha, aber Regengenuss füllt mir auf. Ah, ich kann kein Zerschneidereinsetzen. Auch gut. Ah, klasse. Jetzt ein wildes Magnalium. Richtig gut. Ach so, danke übrigens. Ne, ich kriege hier gerade Leben zurück. Lass mich stirbt. So. Hi. Bla 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 bla. Ah, toll, nur Turze. Freut mich ja für dich. Naturkraft. Pam. Worum ist eigentlich... Das tut so schnell als meins. Äh, schneller... Ach so, es hat... Ah, Wassertempo. Richtig. Okay. Boah, meine Fresse, ey. Geht's denn an? Ne, halt's Maul. Ne, möchte ich auch nicht. Weht ihr jetzt schon in Cavalores? Au. Stirb. Planas. Wollte schon sagen. Move. Äh, Fleischer. Nicht Mufu. Mufu kann ich mal anders gebrauchen, wenn ich dann Eisstrafe eingebracht habe. Oh, toll. Wir sind ja so erwachsen und machen hier den Scheiß. Oh, klasse. Zack, tot. Hi. Oh nein, es greift mich an. Scheiße. Surfer, pum. Au. Und Absurber. Pam. Hat das wehgebracht. Gar nichts. Naturkraft. Pam. Bist du dein Typ normal, ne? Gut, dann kommt jetzt wieder der Surfer. Pam. Lalalalalala. Wir langweilen uns. Wir langweilen uns. Naturkraft. Pum. Boah, gibt's denn sowas? Hier, komm. Ja, Glückwunsch. Mach du deinen Scheiß. Pam. Weg. Planas. Nein, ich muss ihn nicht wechseln. Ich lass das jetzt mal. Und ich schrecke zurück. Sehr schön. Man sie mir erwachsen mit Mogelhieb, ne? Lombrero, nein. Mogelhieb. Ah, ha, 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 ha. Tür. 29. Ah, Windschnitt. Sehr schön. Windschnitt macht 55. Gut, viertel. Ne, da muss ich das nicht. Heini. Alter, was sind das für ein Name? Heini. Au ja, sehr schön. Gib mir Leben. Und ich komme noch ein Level ab. Warum ziehe ich denn so wenig ab? Gib Leben. Aha. Ah, Regengenuss, ey. Du kannst mich mal an Level 30. Nugget. Weil ich es ja auch so dringend brauche, ne? Oh, leck mich. Flucht unmöglich. Ja, sehr schön. Flucht. Flucht unmöglich. Flucht. Ich bin in Komp. Gut. Da haben wir auch noch was. Hi, du hast, glaube ich, nur Geweihe. Genau. Surfer. Pum. Man muss nicht so viel Schaden, wie ich es gehofft hatte. Absurber. Pum. Na, Absurber. Pum. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar nehme ich auf Love. Und Love macht Donnerblitz. Und wir sind der Witz an. Das ist sehr schön. Geweihe her. Ich möchte unbedingt wechseln. Zack. Hauptsache nochmal Schaden reindrücken. Möchtest du noch einmal kämpfen? Bruno wurde eingefugt. Übertrank brauche ich nicht. Ich brauche Wasserstein. Könnte das ein Wasserstein sein? Oh, die Chancen stehen sogar recht gut. Und die Chancen stehen gut. Die Chancen stehen gut. Ja, möchte ich. Ja. Ja. Ja, möchte ich auch fücken. Und jo, rüber. Und es ist Hyperheiler. Scheiße. Ich möchte aber Wasserstein haben. So, hi, lo. Schön, was du alles für Fieses hast. So, hier Naturkraft. Pum. Aua. Das ist böse. Hi. Nein, das ist böse. Ah, sehr schön. Geht erst mal instant daneben. Tschüss. Ninjas. Krawum darf das machen. Mach schwer, tanzt du bist tot. 34. Schneeke. So, da hinten haben wir so eine ekelhafte mit dem Eilrad-Hochfahrstelle. Heißt, einfach bloß übersetzt, dass das nichts bringt, wenn wir da jetzt lang gehen würden. Komm geht's. Auf geht's. Komm geht's. Alter. What the fuck. Surfer. Pum. Nehmen wir Surfer. Pum. Schuppert. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht weg sind. Pum. Weg. Oh, gleich der Nächste. Was hast du? Pudox. Klasse. Mogelhieb. Klatsch. Ah, hast du Konzentrator oder was? Stürb. Er will 31. Nein. Papinala, ja. Das ist böse. So. Dann wird's Pum. No, 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 no. Gib. Leben. Gib Leben. Okay, so geht's auch. K.P+. Ufo. Lass mich. Gut, Fleischer sitzt an der Reihe. Cool. Noch Bären. Nehmen wir natürlich mit, alles. Willibebeere, halt. Finde ich sowieso unlogisch. Ein Pokémon ist eine Bäre und ist dann nicht mehr eingefroren. Was ist das bitte für eine Logik? Keine. Pum. 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 Fibitis. Ne, da möchte ich eigentlich nie wechseln, aber ich mach fliegen. Pum. Nein, ich bin paralysiert. Nein, ich bin paralysiert. Aha, ich kann trotzdem fliegen. Ich bin paralysiert. Ich bin paralysiert. Ich fliege. Ich hab getroffen. Und das Fick ist tot. So. Super dran. Und dann kommt jetzt noch hier, ähm, Dingens. Brr. Paraheiler. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Sehr gut. Nein, ich brauch einen Wasserstein, Mann. Fliegen. Pam. Was willst du von mir? Lass mich bitte. Oh, die haben ja auch einen Leta King. Aber wir machen dann erst im nächsten Part weiter. Also, bis dann, Leute. Aha, dejo.